Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde dir heute erklären, wie ein Textverarbeitungsprogramm wie zum Beispiel Word, LibreOffice Writer oder Apple Pages aufgebaut ist, sodass du dich auf der Benutzeroberfläche zurechtfinden kannst. In diesem Video sind die Programme auf einem Mac installiert, die Windows-Versionen sehen aber sehr ähnlich aus. Auch wenn du verschieden alte Versionen benutzt, werden einzelne Details vielleicht etwas unterschiedlich aussehen, die Grundfunktionen findest du aber überall wieder. Ganz oben in einem solchen Fenster hat man eine Titelzeile. Da steht der Dokumentenname des Dokuments, das man gerade geöffnet hat. Man sollte ein Dokument, wenn man es neu aufmacht, möglichst bald speichern, damit nicht aus Versehen Änderungen, die man eingefügt hat, verloren gehen, wenn man das Fenster zum Beispiel versehentlich schließt. Darunter folgen sogenannte Symbolleisten. Hier findest du verschiedene Felder mit Symbolen. Man nennt die Felder Buttons und die Symbole auch Icons, mit denen du dem Programm verschiedene Befehle geben kannst. Du kannst zum Beispiel den einen Button drücken, um ein Wort fett zu machen, oder einen anderen Button verwenden, um die Schriftfarbe zu ändern. Diese Buttons sind also Befehlsknöpfe sozusagen, mit denen du dem Programm sagen kannst, was es mit dem Text tun soll. Wie diese Buttons in den Symbolleisten angeordnet sind, unterscheidet sich von Programm zu Programm. Die Funktionen sind aber fast immer gleich und die Symbole sind auch in der Regel ähnlich. Wenn du mit der Maus über einen Button fährst und einen Moment wartest, dann erscheint in der Regel ein kleines Kästchen, das erklärt, was dieser Button tut. Man nennt das einen Tooltip. Unter der Symbolleiste befindet sich der Arbeitsbereich. Hier siehst du eine Vorschau des Dokuments, wie es später aussehen wird, wenn du es auf Papier ausdruckst. In diesem Arbeitsbereich blinkt ein senkrechter Strich, das ist der Cursor. Er zeigt an, wo der Text eingefügt wird, wenn du jetzt anfängst zu tippen. Du kannst den Cursor mit der Maus an andere Stellen bewegen, wenn zum Beispiel schon Text da ist. Was ich hier jetzt gerade mal mache. Ich habe jetzt hier einen Text und ich kann durch einen Klick den Cursor an den Anfang dieses Textes setzen, um hier etwas einzufügen. Ich kann auch klicken und die Maustaste runtergedrückt halten und die Maus bewegen. Dann kann ich mehrere Wörter nacheinander markieren. So kann ich mehrere Wörter zusammenfassen und dann eine Funktion auf alle diese Wörter anwenden. Zum Beispiel, dass ich sie jetzt hier fett gemacht habe. An der Seite gibt es eine sogenannte Scrollleiste. Wenn ich sie anklicke und die Maustaste gedrückt halte, kann ich das Dokument hoch und runter scrollen. Also auf Englisch heißt das Rollen. Ich kann also hoch und runter fahren in diesem Dokument. Das kann ich auch mit dem Mausrad tun. Schließlich gibt es ganz unten noch eine Statuszeile. Hier gibt mir das Programm verschiedene Informationen. Zum Beispiel, wie viele Wörter in dem Dokument vorhanden sind, wie viele Seiten und noch einiges mehr je nach Programm. Schauen wir uns zum Vergleich nun LibreOffice Writer an. Du siehst viele Elemente, die du bereits erkennst. Zum Beispiel die Statuszeile, die Symbolleisten mit verschiedenen Buttons und den Arbeitsbereich mit dem blinkenden Cursor. Du kannst mit diesem Programm ganz ähnlich arbeiten wie mit Word. Du musst dich lediglich ein wenig in die Anordnung der Icons einarbeiten und mit den Tooltips wieder prüfen, was die einzelnen Symbole bedeuten. Ansonsten kann dieses Programm fast alles, was Word auch kann. Manche Dinge löst es vielleicht etwas anders, aber im Grunde kann man es genauso verwenden wie Word auch. Das dritte Programm, das wir uns anschauen wollen, ist Apple Pages, auch ein Textverarbeitungsprogramm. Hier siehst du, dass die Oberfläche auf den ersten Blick etwas anders aussieht. Es gibt keine Symbolleisten oben, sondern nur einige größere Buttons. Und die meisten dieser Symbole, die wir vorher oben hatten, sind hier an der Seite angeordnet. Trotzdem funktioniert das Programm ganz ähnlich. Du musst eben lediglich wieder schauen, wo die Funktionen sind, die du vielleicht von einem anderen Programm kennst. Und kannst einfach auch ausprobieren, was die einzelnen Buttons tun. Wenn du mit der Maus darüber fährst, hast du auch hier die entsprechenden Tooltips, sodass du das sehr schnell lernen kannst. Hier also nochmal zur Zusammenfassung. Die Programmoberfläche eines Textverarbeitungsprogramms ist in der Regel sehr ähnlich aufgebaut. Wir haben eine Titelzeile, wir haben Symbolleisten mit Buttons, wir haben einen Arbeitsbereich und einen blinkenden Cursor, der anzeigt, wo der Text eingefügt wird. Wir haben eine Scrollleiste und unten eine Statuszeile. So, nun wünsche ich dir viel Erfolg bei den ersten Schritten mit dem Textverarbeitungsprogramm.